Zielrunden bis jetzt zum Dignitas. Rubino gegen Warman. Warman wollte da ein bisschen Raum einnehmen. Jawohl, Rubino. Sichert sich wieder 3 gegen 3. Überzahlsituation für Dignitas. Jetzt nicht mehr. 2 gegen Zwergen. Jetzt soll es auf den Spot gehen. Jawohl. Tenski steht da schon Richtung Swag bereit. Aber hinten muss ein Terzki stehen. Auch noch da. Damit Bombe immer noch bei Rubino in der Hand. Und wir wissen es, auf Overpass gibt es genügend Rotationsmöglichkeiten und schnelle Rotationsmöglichkeiten. Aber wir sehen es. Terzki will da schon Richtung Rubino hinterher. Und Hitmos ist schon wieder fast auf dem A-Spot. Auf dem B-Spot. Das geht sowas von schnell hier. Bombe kann geplantet werden. Die Smoke hindert es noch. Den Sichtkontakt für Terzki herzustellen. Damit 1 gegen 1 Situation. 82 HP gegen 3. Gegen 4 HP. Und damit die 2 gegen 1 Situation endlich mal auf.